So, meine lieben Minecraft-Freunde, wir sind zurück, wir sehen den Brauchstand. Ich habe hier nur ein bisschen was gezaubert. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier so aussieht. Ich habe mal ein bisschen was gestellt für ein Bild. Es tut mir sehr leid. Es ist alles nur eine Lüge. Ich habe aber nachgeguckt, wie ein Trank der Stärke geht. Wir brauchen Lohnstaub dafür. Ich habe gedacht, einen haben wir definitiv noch über. Das heißt, wir brauchen natürlich dann auch etwas wegpacken, was wir nicht so brauchen. Fähnen können weg, Weizen kann weg, Auge brauchen wir alles nicht. So, dann machen wir uns noch mal ein paar Flaschen. Machen wir jetzt sechs Stück. Das sollte erstmal reichen. Das weg. Das weg. Die falsche Taste. So, weg, weg, weg. Weg, weg. Das behalten wir. Die Flaschen füllen wir kurz auf. So, jetzt machen wir Wasserflaschen. So, dann machen wir also erstmal wieder natürlich die Wasserflaschen rein. Dann brauchen wir eine Warze. Und füllen die da rein. So. Nach dem Letzten bauen wir auch gleich ein. Nicht, dass wir das noch vergessen. Dann machen wir aus einer Wasserflasche einen seltsamen Drang. Wie eben schon mal gemacht. Aus dem seltsamen Drang mit einem Lohnstaub. Rest bringe ich mal weg. Nicht, dass wir doch noch einen brauchen. Elf Änderaugen brauchen wir noch. Sechs haben wir. Das heißt, wir brauchen noch fünf Änderperlen. Fünf Stück. Dann mal viel Spaß. Fünf Stück ist nicht wenig. So. Dann haben wir hier Drang der Stärke. Und den verstärken wir nochmal auf acht Minuten. Und dann können wir auch diese Nacht mal Superman spielen. Und wenn wir wieder rumtornen, können wir einfach mal vielleicht, ja, ich würde sagen, einfach mal wirklich ausprobieren, was die beiden drängen also können. Beide zusammen. Also Drang der Schnelligkeit und Drang der Stärke. Einen können wir auf jeden Fall nehmen. Kostet ja nicht so viel. So, dann machen wir aus den Flaschen nochmal auf jeden Fall einen seltsamen. Falls wir danach nochmal irgendwas zaubern wollen. Das wäre der Schnelle. Äh, braun. Nicht zaubern. Zaubern kommt jetzt, denke ich mal. Muss mal gucken, haben wir hier noch Sachen zum verzaubern. Schwert ist schon. So, der Beinschutz vielleicht noch. Was könnten wir noch machen? Bücher nehmen wir mal mit. Wir machen uns mal einen neuen Bogen. Und wir nehmen uns noch ein Diamantschwert mit. Damit wir gucken können, was wir zaubern können. Irgendwas Tolles wird schon mal rumkommen. So, machen wir natürlich erstmal den Bogen fertig. Zack, Bogen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie nett von dir war. So, ein Schwert. Und dann gucken wir mal, was der Zaubertisch so hergibt. So, Lapis. Schwert. Rückstoß 2. Herzlichen Glückwunsch. Haltbarkeit 3. Hm, brauchen wir eigentlich auch nicht. Schärfe 3 ist sehr wenig eigentlich. Herzlichen Glückwunsch. Immer noch Rückstoß. Atmung. Feuerschutz. Federfall. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich wollte doch nur einmal was Schönes verzaubert bekommen. Jetzt bin ich ein bisschen böse. Naja, Schärfe 2. Wir haben jetzt was Tolles bekommen bei der Hose. Haltbarkeit 3. Feuerschutz. Alles super. So, dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht auch zusammen machen können. Was ist denn? Ach, kannst du vergessen. So, ich glaube, ich zauber jetzt nicht mehr. Jetzt wird nur noch zusammengecraftet. Ist mir auch egal jetzt. Das heißt, aus den beiden Stärke 4 Bögen machen wir ein Stärke 5 Bogen. Also, viel besseren Bogen gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Okay, es könnte vielleicht noch Verbrennung geben. Stärke 5, Haltbarkeit 3, Schlag 1, unendlich 1. Schwert ist Schärfe 4. Ist auch in Ordnung. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Schutzbücher. Das wäre nochmal in Ordnung. So. Oh, sie haben gar nicht mehr genug Level. Gut, dann lassen wir das doch. Dann bringen wir alles Wichtige weg. So, und dann gehen wir wieder auf die Jagd. Wir wollen ja auf jeden Fall noch die Tränke nehmen. Entschuldigung, immer noch leicht krank. Tut mir sehr leid. So. Jetzt habe ich zweimal Trank der Stärke mit, ich Idiot. So, Trank der Schnelligkeit und Trank der Stärke. Wird also eine Superman-Folge. So, dann trinken wir mal. So, und dann sehen wir Schnelligkeit und Stärke. Sind wir so viel schneller? Geht 20% ist jetzt natürlich auch nicht so viel. Aber ich muss ja auch für meine PvP's mal ein bisschen üben. Dass ich da auch besser werde. Aber gefühlt ist schon ein bisschen schneller. Sonne geht gerade unter. Und wir brauchen fünf Enderperlen noch. Fünf Stück, ey. Das ist so viel. Warum in diesem scheiß End-Total keine einzige Enderperle und kein Ender-End, nur kein Auge war. So. Die Sonne ist untergegangen. Kommt raus, hier Säcke. Da ist ja der erste. Herzlichen Glückwunsch. Meister des Kampfes. Was ist das denn? Ich verursache neun Herzensschaden mit einem einzigen Schlag. Jo. Kann man mal machen, ne? Habe ich die Enderperle? Eine Enderperle! Sensationell. Ich sehe hier aber jetzt keinen weiteren. Hat mir jetzt echt Glück, das erste Monster, was wir gesehen haben. so macht das Kämpfen noch Spaß. Ihr habt doch alle keine Chance. Superman-Modus! Spinner, geh weg, geh weg, geh weg. Skelett, geh weg. Creeper, geh weg, geh weg. Ich bin jetzt so fasziniert vor meiner Schlagkraft. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Was wollt ihr denn überhaupt? Lass mich doch einfach in Ruhe. Sag mir, wo die Endermen sind und dann lasse ich euch leben. Vielleicht. Gut. Enderman. 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 Ich will nur ein Enderman sehen. Enderman sehen. Enderman sehen. Ich will nur ein Enderman sehen. Enderman sehen. Enderman sehen. Ich will nur ein Enderman sehen. Enderman sehen. Hallo? Uh. Zombies muss ich zweimal schlagen. Die sind zu mies stark. So. Enderman. Uh. Der hat mich getroffen. Esst doch mal ein bisschen was. So. Hast du Enderman gesehen? Da haben wir mal so viel Glück gehabt mit dem ersten Enderman, dass wir jetzt kein Glück mehr haben. so. Spinne, ey. Du versteckst dich doch von mir. Du hast doch genau gesehen. Ja. Ich sehe auch keinen mehr, Eier. Das ist... Da ist einer! Und Enderperle, sensationell, nur noch drei. Ich brauche jetzt nur noch drei Enderperlen. So, creepy. Ach, Mann, oh. Das wäre echt ein Traum, wenn ich die jetzt finden würde. Aber ich glaube, diese Nacht wird das nix mehr. So schade. Warum habe ich nicht viel früher gebraut? Ich bin so ein mieser Kämpfer, glaube ich, geworden. Ich sehe einen Enderman. Lass mich durch. Und noch eine Enderperle, sensationell. Ich bin... Ich bin... Och, verdammt. Was verfolgst du mich denn? Enderman? Noch eine Enderperle. Mir fehlen nur noch zwei. Wenn ich... Wenn ich Glück habe, schaffe ich das die Nacht noch. Sensationell. Jetzt aber schnell. Nicht lange aufhalten. Ist hier noch einer? Nein. Anderman? Bitte, bitte, bitte. So. Habt ihr einen Enderman gesehen? Hast du einen Enderman gesehen? Nein. Haben wir einen Enderman gesehen? Haut doch alle ab. Ohne Enderperle. Na toll. Okay. Fällt auch alles nur noch. 25 Sekunden. Noch eine. Ohne Enderman. Wenn ich jetzt noch Glück habe und noch einen sehe, ich habe auf jeden Fall jetzt die Verzauberung verloren. Aber das ist ja erstmal egal. Ich brauche eine Enderperle. Eine blöde Enderperle. Und diese blöden Augen von den Schafen sehen so aus wie die Augen vom Enderman. Hier ein Enderman. Hast du einen Enderman gesehen? Mann, oh. Jetzt fehlt mir eine Enderperle. Ich muss noch einen Tag warten, bis ich die gefunden habe. Ach Mann, oh. So. Ich verabschiede mich mit diesem Sonnenaufgang. Also macht's gut. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh.